Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Konstantin Neumann vom Startup Next Level. In den letzten drei Jahren habe ich bereits ein erfolgreiches, nachhaltiges Food Startup aufgebaut und geleitet und habe mir jetzt gedacht, ich muss das ganze Thema Klimaschutz nochmal auf das nächste Level heben und widme mich jetzt in einem neuen Projekt. Das Problem ist klar, die jährlichen Treibhausgasemissionen steigen momentan um 2,1 Prozent und auch das Pariser Klimaabkommen 2015 hatte wenig sofortige Maßnahmen im Programm. Die meisten Ziele sind für nach 2030 oder teilweise nach 2050 geplant. Momentan wird da recht wenig aktiv gemacht und wir sind der Meinung, da muss man was ändern. Weil in den Regionen, wo die Probleme da sind, wird es immer menschenunfreundlicher und man denkt halt einfach so, die heiße Kartoffel wird dann an die nächste Generation weitergegeben. Dagegen wollen wir vorgehen. Wir von Next Level entwickeln eine Software, womit Menschen durch kleine Taten viel erreichen können. Bevor ich erkläre, was wir genau machen, eine kurze Frage in den Raum. Hat jemand von euch schon mal eine Art CO2-Ausgleich durchgeführt oder eine Klimakompensation, beispielsweise beim Fliegen? Wer hat schon mal was kompensiert? Okay, sagen wir mal so drei, vier, fünf Leute. Auf jeden Fall gibt es schon Menschen, also beispielsweise bei Flixbus sind 10 Prozent aktuell der Consumer dabei, die den CO2-Ausgleich durchführen von den Fahrten. Und wir haben gedacht, okay, CO2 ist natürlich jetzt nicht das Gesamtproblem. Das Gesamtproblem ist noch viel, viel größer. Es ist Luft, vor allem in Stuttgart, aber auch Wasser. Das heißt, wir wollen das gesamte Klima betrachten und nennen das Ganze deswegen auch nicht CO2-Kompensation, sondern wir nennen das Klimaspende, was wir erheben. Ganz konkret sieht es so aus, ein Anwendungscase, man ist im Supermarkt, man kauft seine, keine Ahnung, wie man will, Wurst, Salami, Milch und kann an der Kasse beispielsweise dann statt 25,95 Euro diese Klimaspende hinterlassen. Dann zahlt man 26 Euro. Was machen wir mit dem Geld? Zehn Prozent davon ist für uns, für das Projektmanagement, weil 90 Prozent des Geldes geht in soziale und nachhaltige Projekte, beispielsweise im Bereich Education, aber auch im Bereich Luftqualität, ja, weil gerade in Stuttgart haben wir, wie ihr wisst, oder auch vielleicht in Heilbronn, weiß ich nicht, aber ein Problem mit der Luft, ja. Das heißt, sehr, sehr viel Feinstaub in der Luft. Das heißt, was wir machen, wir haben beispielsweise einen Projektpartner, die bauen solche grünen Wände und wir nehmen beispielsweise dieses Geld, bauen diese Wände und kompensieren dadurch beispielsweise so eine Art Klimaspende. Zusätzlich sind auch beispielsweise noch Elektroladesäulen geplant auf den Supermärkten, um die Elektromobilität weiter voranzutreiben und dafür sagen wir das Geld ein, lasst uns zusammen Klimaschutz auf das nächste Level bringen. Dankeschön. Vielen Dank.